Willkommen zurück bei Overwatch. Wir spielen heute noch mal ein bisschen Arcade, weil ich Lust darauf habe nicht, weil ich noch ein paar Kisten verdienen muss, denn wie ihr seht, will ich wenigstens eine Kiste noch kriegen, bitte wenigstens eine. Und dafür nutze ich erstmal wieder Überraschungshelden, denn dann kann ich mich ein bisschen mehr in einige Champions reinfühlen, das ist für mich das Angenehmste irgendwie. Ah ok, dafür noch Zeit, alles gut. Puh, was ist eigentlich denn neu beim Testlober? Ich kann hier reingucken, alles klar, dann nicht. Oh doch da, ok. Orisa und Weeper und Winston und Beckenbaum verändert. Ok. Habe ich für Leutschung irgendwas? Wieso habe ich für Genji schon viele Sachen? Ich spiele Genji doch nicht. Ja gut, zwei zählen nicht, weil zwei es die sind. Die habe ich nicht bekommen, die waren automatisch da, die zählen nicht, ok. Ok, aber warum habe ich die restlichen Sachen? Ein Spray? Ja ok, es ist fair. Hm, Diva? Was habe ich für dich denn? Ein Spray? Ja, wäre ich Spray. Hallo, Diva? Hallo, Diva? Ne, wäre ich Spray, aber ich für dich. Ach, das habe ich für dich. Das habe ich für dich? Oh, das ist süß. Das ist süß. Kann ich jetzt gleich sein tun? Ja, ok. Oh, wir haben Spiegel gefunden, Spiegel gefunden. Uhuhuhu, es wird spannend. Ok, mal gucken. Tempel des Anubis. Und ich bin Diva. Ah. Hi. Ich möchte gerne mal, ich möchte die Stimmen gerne ein bisschen lauter mal als die restlichen Sachen, deswegen. Ich werde mal Musiklisch darunter stellen. Und Effekte auch, so. Angenehmer. Wuhu. Okay, und E ist die, E ist die Helixir-Raketen, alles klar. Und E ist die Helixir-Raketen, alles klar. Wer ist der Mensch? Ah, auf sie! Auf sie! Geh weg. Oh nein. Ah, ich habe sie. Okay, sehr gut. Ah. Ich lebe noch. Okay, 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 okay. Da wurde ich ein bisschen niemal angenommen. Hm, doof. Aber ich war ganz okay dabei, denke ich mal. Obwohl, ich bin dir ganz sicher. Oh, ich bin Symmetra. Oh, okay, dann mache ich das. Und mit ES-Teleporter, alles klar. Symmetra mochte ich ganz gerne. Ist nicht mein Lieblings-Champion, aber... Sie ist okay. Sie ist lustig. Es macht Spaß. So, bam. Bam. Ich hoffe, es hilft irgendwas. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich treffe. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ah, ah, ich werde fertig gemacht, Hilfe, Team, help me, oh, die haben ja viele, die haben ja viele Tanks, oh, ich bin Genji, oh, Genji, Hanzo, Ja, okay, das lief nicht ganz so, das lief nicht ganz so gut und scheint, schade, ähm, ich auch nochmal die Mercy, mhm, dann die Orisa und den Roadhog, ja, gute Arbeit geleistet, gute Arbeit, ja, das lief nicht ganz so gut für uns, doof, ist nicht schlimm, ähm, Ja, gut gemacht, Behem, gut gemacht, gut gemacht, nice one, ähm, ich warte kurz ab, jetzt wird gleich ein neues Spiel gesucht, ich kann gut gucken, ähm, Magdiva, Symmetra, Ja, ist okay Ist wirklich ein neues Spiel gesucht, also, mach es mal weiter, ähm, was kann ich noch machen? Also, Diva habe ich jetzt gespielt, ich kann mal kurz das gucken, und zwar, ähm, wo ist denn jetzt Kara, genau? Ah, cool, jetzt kann ich, okay, jetzt habe ich Wii von Ash gespielt, alles klar, und ich habe ganz kurz Brigitte gespielt, sehr, ganz kurz, ganz kurz, Das war nämlich in der vorigen Aufnahme, wo ich, äh, wo mein Mikrofon nicht funktioniert und mein Headset, deswegen Äh, hi Hallo Okay Roadtalk, oh Wir haben zwei Roadtalks, hey Mein Roadtalk-Kumpel, wie geht's dir? Okay, damit fresse ich, gut, damit heile ich mich selber Gut, er hat also einen Haken zum Randziehen, seinen Schießen, Schuss und sein Heilen Okay, das wird lustig Ich war nie ein guter Roadtalk, muss ich stehen Also wirklich nicht Aber anscheinend war ich, bin ich besser als ich dachte teilweise Ah Ah, so knapp Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut AHHHHH BÄM 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 Ok Heilung, Heilung, Heilung AHHHHH Das lief doch schön Ah, Tracer, ich wusste es Ich wusste, ich habe jemanden gesehen hier Okay, ich habe sie Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie Ne, wir haben Anna Nope, wir haben Anna Dann haben wir Anna Ok, ok, da oben ist ein Winamaker glaube ich, oder? Ja, zwei Winamaker sogar Uh, zwei Winamaker, das ist nicht schön Ah, Widows können problematisch werden Sniper halt Geht tot! Ok Ok, ich bleibe jetzt mal hier stehen und hoffe, dass ich gleich herkomme Dann kann ich ein Ulti machen Die Frage ist halt Ah Das war nicht gut Ah, Orisa Das war nicht gut Aber nein Das kann man nicht an, ne? Das kann man nicht an, ne? Ah, doof Oh, jetzt bin ich Orisa Schild Schild Ehe Schild Schild wird aktiviert Und landet auf dem Dach wahrscheinlich Ja Da oben ist es Genau da wo es sein sollte Nicht Die zwei Winters stört mich extrem Das glaubt man gar nicht Die Fakt, dass die zwei Winters haben Stört mich mehr als es sollte Ich stört mich einfach ungemein Nein Ok, das ist nicht Das bringt nichts Das bringt nichts Das bringt nichts Ich hab die Knöpfe vertauscht Man Das ist das Fortify Das andere ist das Schild Na egal Bin ich jetzt? Ich bin Tracer Oh, ich bin Tracer Ok, ich mag Tracer gerne Aber nicht gegen zwei Widows Und dann zeigen doch zwei Widows, die ich es können Das ist das Problem Ok, Recall ist was? E Ok Einster wird's Nice Rein da Rein da, weg da Mal gucken Ah, ich komm da nicht hin Das hat ein Großproblem von mir jetzt gerade Tracer ist so Entweder hast du Glück mit ihr Oder du hast Pech mit ihr Denn jetzt gerade hab ich so Gegner Wo ich eigentlich nicht hingen nehmen möchte Uiuiuiuiuii Das war knapp. Das war keine schöne Entfernung, die ich hatte bei ihr. Ah, fuck, jetzt wissen wir, wo ich bin. Das ist nicht mein Schlimmste, aber es ist doch nicht schön. Es gibt Schlimmere, als für die Gegner, zu wissen, wo ich bin. Fühl ich zumindest immer. Okay. Okay. Ich geh mal kurz runter. Ich geh mal kurz runter. Ich nehme noch, das wundere mich gerade am meisten. Das Lebe wundert mich gerade ein bisschen, weil eigentlich sieht es nie so gut für mich gerade aus die ganze Zeit. Da bin ich mal schon Gefahr, die ist eigentlich nicht normal für den Tracer. Okay, mal gucken. Nope. Okay, 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 Heilung. Nope, 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 nope. Ah, ich bin in die Wand geflasht. Ah, ich bin in die Wand gedasht. Doof, doof, doof. Aber es lief okay. Oh, Junge, Junge haben die Heiler. Oh, mein Gott. Das sind eine Menge Heiler, die die haben. Und eine Winne-Manager natürlich. Heiler und Boudos, das sind die Besten. Wenn du so etwas hast, hast du es fast schon gefunden, gefühlt. Und ich habe jetzt mein Best-Damage hier. Au. Die hatten vier, fünf Wild-Champions. Und wir hatten... Kein? Wir hatten drei Hansos. Aus Gründen, die ich nicht verstehen möchte. Na, egal. Ich gebe es mir der Winne-Maker. Ich gebe es mir der Mercy. Und danke schön. Und ich gebe es mal dem... Eine, drei Hansos vielleicht. Hm, dich. Kam, warum? Nochmal, danke. Au, mein Stuhl. Okay, da kam die Ulti ein bisschen spät. Die kam nach dem... Aber ich meine, es hat mich getötet. Also, ich beschäm mich nicht. Ich gebe es der Fahrer, glaube ich. Die Fahrer hat einen guten Job gemacht. Ja, die Fahrer hat es verdient. Ich würde ja gerne noch heute mal gewinnen. Also, wenn es okay wäre, würde ich noch gerne ein Match gewinnen irgendwann mal. Das wäre zumindest sehr, sehr nett. Aber hier, mit Roadhog war ich so okay. Und dann mit Tracer? Tracer lief gut. Tracer lief okay. Tracer war nicht schlecht. Tracer nehme ich. Ich habe keine Kills mehr mit der Pulsbaum gemacht, weil ich damit nie umgehen konnte. Aber ich würde trotzdem gerne noch ein Match gewinnen heute, wenn es okay ist. Das wäre zumindest super lustig. Aber muss nicht sein, ne? Mein ja nur, muss nicht sein. Ich würde es aber bevorzugen. Ich würde es aber gerne annehmen, denke. Wäre nicht auch okay. Also wirklich, äh, muss nicht sein. Tracer! Oh, ich mag Tracer. Tracer war toll. Tracer war damals einer meiner... Oh, schöner Skin. Er war damals einer meiner Mains. Mit dazu. Zumindest von den Offensiven. Ich habe nicht auf Offensiv gespielt, weil... Oh, ich bin McQueen. Auch ein Typ, den ich mochte. Aber ich weiß nicht, ob ich so gut mit ihm bin wie auf Konsole. Das weiß ich jetzt nicht. Gucken. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich weiß, sein Ulti war so... Äh, äh, äh. Hallo. Oh, danke. Hi, Farah. Hi. Hi, Farah. Ich gehe unten hin. Oh, guck mal. Oh, dem Neurisa. Jetzt schon. Ich habe mir jetzt schon gar Bock drauf. Ich gehe jetzt schon unten hinten lang. Einfach aus Prinzip, weil ich weiß, von da kann ich wenigstens ein bisschen was schießen. Wenn ich treffen würde, was ich nicht tue. Oh. Nein. Oh, da wurde ich von zwei Baptists verfolgt. Aber ich meine, hey, ich habe geholfen. Ich meine, die sind durch den Schock durchgekommen. Hahaha. Äh, haha. Ja, ich versuche gerade nur meinen... Oh, ja, ich bin Lucio. Mhm. Mhm. Oh, Lucio ist cool. Lucio wäre lustig immer. Oh, ich bin... Boop. Äh, ich will kurz wechseln. Ha. Oh, nice. Sehr schön. Wir haben drei Lucio, ne, zwei. Okay. Komm her, 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 komm her. Komm her, ich komme her, komm her, komm her, komm her. Schnell, schnell, schnell. Ich bleibe bei euch. Ich kann mich mal ein bisschen heilen. Oh, das war schon voll aufgeladen. Wow. Hi! Hab dich! 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 Oh, okay Ah, ich hab Angst Okay, ich hab Ulti Geh weg So, mal heilen bitte Was, was? Ha Okay, ich will oben rein Okay Ja Okay Dann Die gefällt mir nicht Dann nicht Dann Ciao Ey, was war das denn hier? Hallo Frechheit Was ist von mir? Hallo Ich bin da So, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's Alles gut, ich hab's schon Sag ich, während ich's nicht habe Dammit Okay Okay Ha Ha Okay Das kriegen wir Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Wir kommen wieder zurück Und Heilung wieder Heilung, Heilung, Heilung Ich glaube, ich mach's gut job gerade ich bin zwar nicht ich glaube ich mache es okay das ist ziemlich hektisch kann alles deswegen ich habe nicht viel anders gemacht habe ich gleich macht gut also ich mache ich mache es okay ich lebe zumindest noch mein team noch deswegen weg ich kann es aber nicht ich habe dich ich gehe mal hier rein so viele tracers ok ok das ist doch gut sogar muss ich sagen es war schön das ist echt gut danke kriegt das von mir und ich würde sagen unsere unser lucio beide kriegt auch noch mal haben gut alle geleistet 11.000 bei rennen ist nicht schlecht das ist nicht ich habe 6.000 geheilt ich meine ich würde sagen das ist nicht gut ja aber nicht ja ich würde auch scary geben hat gut dabei geleistet deswegen ich gebe es auch ihr und sieben wir haben gewonnen mache ich noch ein spiel ja ich glaube eins geht noch da haben wir vier spiele das ist eine gute runde zahlt das gefällt mir oh level up level up ub 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 yeah level up hurra wir können reingucken in der zeit oder ach nee schon bin ich da ich glaube ich kann gleich angucken ich glaube ich hier rein gucken oder geht das ja gut dann gucken wir kurz rein was bekommen haben Und wieder Okay, Sachen Was für Tracer? Die mag ich, die ist schön, die nehm ich Danke, heißes Pink, uh Flasche Wer könnte Ich versuch's nicht nachzumachen Ich versuch's jetzt gar nicht, weil das kann nur schlimm ausatmen Ich wollte auf die Heldengalerie gehen, danke Karriere, ich glaube Loose ist sonst oben, oder? Ah, nee, knapp Manches gewonnen habe ich am meisten mit denen Siegquote Trefferquote, ja, nee Oh, wow, McQueen Ja, 27 ist nicht so gut als Trefferquote Aber ich bin ja noch am Üben Ich spiele nicht so oft am PC, Ballerspiele, wo man zielen muss Okay, E ist der Trans-Location, damit Unsichtbarkeit, okay Hola Hola Hallo Ah, okay, sehr gut Sehr gut Sombra war Mochte ich gern spielen auf der PS4 Aber sie war immer sehr sinnlos Deswegen hab ich sie nie gespielt Sie war immer so Ja, wenn du sie nicht pickst, ist cool, aber Was haben die Gegner für ihn? Wrecking Ball Das ist schon mal Das ist schon mal etwas Okay, ich glaube, hab ich mal gehackt Ich glaube nicht Das war super Das war toll Nice Nice Okay, ich bin gestorben Hey, ich habe wenigstens ein paar Geld gemacht Die Ulti war vielleicht nicht so gut Aber ich bin gestorben Daher Lieber nutzen, bevor ich sie nicht brauche Und mein guter alter Lucio Da ist er wieder Dün, 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 dün Ja Mein kleiner Heilfrosch Oh, oh Das war super Das war der Hammer Hallo Für wen hält sie eigentlich, Junge? Ah Au, 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 au 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 Es sind ein paar viele Sombras unterwegs Nix Okay Okay, weiter geht's Zurück, 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 zurück Zurück, zurück, zurück Sehr gut Sehr gut Sehr gut Oh, das ist super, echt, echt gut Nein. Oh, ich kriege Saria. Okay, Saria war auf der PS4 mein kompletter Main. Ich hatte mehr als die Hälfte meiner Spielzeit auf Saria. Einfach weil ich liebe ihren Playstyle. Der ist so super lustig. Oh, ich schille dich. Und ich werde mit Stärker. Och, zufällig, wie lustig. Oh, ich liebe das. So gut. Wer, Hypnosis? Aber den. Die haben im Gegnersteam, da hat der eine drei Kills zu 100 mit Gold. Ich habe elf und habe Gold. Das ist lustig. Oh, keiner hier. Nö, die sind alle schon durchgelaufen. Spannend. Das sieht man eigentlich nicht mehr. Da, wo ich bin, sieht man sowas nicht mehr. Da sind wir durchlaufen. Ich meine, es gibt einen Grund dafür, warum man es nicht mehr sieht, aber damals habe ich nicht gerechnet, dass sie einfach durchlaufen würden. Sehr gut. Bom. Fühlt sich auch so mächtig an, wenn ich das mal schieße. Ah. So. Okay, mit E mache ich mein Schild für andere. Und da habe ich meine eigene Schild. Okay. Können wir gerne umgehen. Projizierer Winston. Oh, jetzt kommt die Kraft. Jetzt kommt die Macht. Hi. Bye. Okay, ich habe gleich mal Ulti wieder. Das heißt, ich kann sie jetzt mal aufbewahren. Oh, ich muss weg da. Okay, gut. Ich bin weggekommen. Okay, ich habe der Ulti. Wenn sie immer einen Schild reinzugehen, dann. Oh, ich habe gewonnen. Yay. Das lief doch auch wieder super. 13-20-Kilz. Ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Äh. G. Das lief in dem Timo nicht so gut. Oh, nein. Baby. I'm sorry. Okay, das ist, äh. Okay, ich weiß nicht, was da abgeht. Ich ignoriere es erstmal. Denn es geht mir ja auch nichts an. Ach komm, weißt du was? Ihr kriegt doch einen Like von mir. Wer war es nochmal? Der Oasis? Der Hypnosis. Warum nicht? Zwei Kills aufgrund der Umgebung. Zwei Kills aufgrund der Umgebung. Das ist schick. Und eine Lootbox. Ja, die machen wir auf, ne? Die machen wir auf. Das ist wichtig, glaube ich, so eine. Ja, die machen wir auf. Und wuhu. Oh. Ein Au Kang-Fu. Der ist cool, den nehme ich. Das ist die Pulsbombe. Ja, nehme ich auch mit dazu sofort. Und. Saria. Ja, ich nehme das Saria-Schild. Denn ich mag Saria-Schild. So. So, vier Spiele. Davon zwei gewonnen, zwei verloren. Ja, würde ich sagen. Damit können wir erstmal leben, ne? Damit können wir erstmal leben. Oh, wir haben drei Spiele. Warte, wir haben fünf Spiele gespielt? Ach, als erstes war so. Ja, okay, okay. Als erstes. Ja, okay. Ich erinnere mich. Ähm. Stimmt da ja was. Ehrlich? Das klingt ja mit mir. Egal. Ähm. Das war's erstmal wieder für den ersten Batsch von Matches, die kommen werden. Und dann, die werden wieder kommen irgendwann, wenn ich wieder bewusst habe, wenn ich wieder aufnehme und dann sehen wir weiter. Äh. Aber ich danke schon mal fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.